Vedana – Gefühlstönung Hier eine Erklärung zu Vedana – Gefühlstönung. Es gibt leider keine präzise deutsche oder englische Übersetzung für diesen Begriff. Dabei ist es ein wesentlicher Aspekt unserer Erfahrung. Wir werden Vedana hier meist Gefühlstönung nennen, manchmal auch einfach Vedana. Damit wir nicht neue Worte erfinden müssen. Es ist der erfahrungs- oder empfindungsmäßige Geschmack einer jeden Erfahrung. Die Art und Weise, wie sie sich anfühlt, nämlich glückselig, angenehm, neutral, unangenehm oder schmerzhaft. Die Skala von sehr angenehm über neutral bis sehr schmerzhaft bezieht sich also nicht auf Emotionen oder Geisteszustände oder Geisteszaktoren, sondern auf den erfahrungsmäßigen Empfindungston einer jeden Wahrnehmung. Jede Momenterfahrung, sei sie körperlicher, emotionaler oder mentaler Art, hat ihre eigene Erfahrungstönung. Hier einige Beispiele zur Klärung. Ein Gedanke der Frustration fühlt sich unangenehm an. Dieses Unangenehme ist Vedana, nicht der Gedanke. Eine schöne Aussicht auf dem Gipfel der Jungfrau im Abendlicht da draußen fühlt sich wahrscheinlich angenehm an. Wir mögen das. Es ist grandios. Der angenehme Aspekt dieser Erfahrung ist Vedana. Vedana findet also auch im Sehen statt. Versalzenes Essen schafft meist eine unangenehme Geschmackserfahrung. Das Unangenehme daran ist Vedana. Ein Ausatem mag sich neutral anfühlen. Diese neutrale Tönung der Erfahrung ist Vedana. Ein Moment des Hasses fühlt sich wahrscheinlich schmerzhaft an. Der schmerzhafte Aspekt dieser Erfahrung von Hass ist Vedana, nicht der Hass selbst. Eine Verspannung im Rücken ist unangenehm. Dieses Unangenehme ist Vedana. Die Definition von Vedana lautet ganz einfach Erfahrung von angenehm, unangenehm oder neutral. Also wie wir eine jede Erfahrung empfinden oder spüren. Es gibt, wie erwähnt, unendliche Möglichkeiten von Vedana auf einer Skala von glückselig bis schmerzhaft, von intensiv bis subtil, in Verbindung mit körperlichen, sinnlichen, emotionalen und mentalen Erfahrungen. Vedana ist der empfangende Aspekt unter den fünf Daseinsgruppen, im Gegensatz zum aktiven Aspekt der Daseinsgruppe der Bildekräfte. Warum ist achtsames Gewahrsein von Vedana wesentlich? Weil Vedana das ist, worauf wir meist reagieren. Immer und immer wieder. Außer, wenn wir in einem freien, unverstrickten Gewahrsein ruhen. Dann fließt alles mühelos. Erfahrungen kommen und gehen von Moment zu Moment. Keine Verstrickung. Kein Problem. Tatsächlich finden wir uns aber oft in reaktiven Zuständen und Emotionen wieder. Ob schon wir einigermaßen präsent und gewahr sind. In Anhaften oder Ablehnung. Verlangen oder Ärger. Erwartung oder Befürchtung. Wie wir reagieren. Zwanghafte Gewohnheit. Wenn wir sorgfältig präsent sind, erkennen wir, dass unser Geist, unser Herz tatsächlich immer auf Vedana reagiert und gar nicht auf den Inhalt der Erfahrung. Wir glauben zum Beispiel, wir würden auf eine Person reagieren, auf ihr Aussehen oder darauf, was sie sagt oder tut. Beim Essen denken wir, wir würden auf das reagieren, was serviert wird. Dabei reagieren wir aber auf das Angenehme oder das Unangenehme eines jeden Wissens. Und zwar tun wir das gewohnheitsmäßig, bevor wir uns dessen überhaupt gewahr sind. Die Reaktionen auf Vedana geschehen praktisch simultan mit dem Auftreten der Vedana-Erfahrung. Zu schnell, wenn wir nicht sehr geübt sind, im achtsamen Gewahrsein. Vedana hat uns meist im Griff und führt quasi automatisch zu Reaktionen, wenn die Erfahrungen angenehm sind. Schöne Gedanken, wohltuende Emotionen, wohlige Körperempfindungen, lobende Worte oder unterhaltender Klang, anziehende Formen und Farben, aromatischer Geruch oder leckerer Geschmack. Wir ergreifen, halten fest, wollen mehr und es entsteht Verlangen in all seinen groben und subtilen Varianten. Ebenso schnell, wenn auch ganz anders, sind die Reaktionen bei unangenehmen oder schmerzhaften Erfahrungen. Beim kleinsten Schulterschmerz beginnt der Widerstand und die Aversion. Wie könnte ich es loswerden? Vielleicht, indem ich mich etwas nach vorne beuge. Möglicherweise, indem ich die Schultern etwas fallen lasse. Oder schön hineinatmen. Ach nein, noch achtsamer, noch mehr Gewahrsein. In der Hoffnung, die unangenehme Erfahrung loszuwerden, zeigen sich viele solche manipulativen Reaktionen. Das ist völlig natürlich, aber oft sehr anstrengend, verstrickend und leidvoll. Erstaunlich oft ist unsere Erfahrung neutral. Das heißt, nicht angenehm oder unangenehm, sondern irgendwo dazwischen. Aus Gewohnheit reagieren wir mit Desinteresse, ohne es überhaupt zu bemerken, und Teilnahmslosigkeit schleicht sich ein. Wenn wir dann über Langeweile klagen, liegt es daran, dass wir der Erfahrung das Interesse und somit die Aufmerksamkeit entzogen haben. Langeweile und Gleichgültigkeit gewinnen an Boden und die Neigung, sich in einer interessanten Ablenkung verlieren zu wollen, nimmt stark zu. All diese Arten des Umgangs mit Gefühlstönungen der Erfahrungen sind natürlich und entsprechen uralten, eingeschliffenen Gewohnheiten des Geistes. Sie sind die am häufigsten befahrenen neuronalen Autobahnen des Gehirns. Aber wir können das ändern, durch die Praxis achtsamen Gewahrseins natürlich. Unsere Praxis hier ist Gewahrsein, mitkriegen, was läuft. Gelassen, offen und durchlässig, nicht reaktiv. Dies ist immer und immer wieder ein wesentlicher Aspekt der Übung. Frei sein vom Zwang zu reagieren, wie es Tillmann beschreibt. Ich nenne es gerne Gelassenheit oder innere Geräumigkeit. Es könnte auch Durchlässigkeit heißen oder innere Balance. Oft nenne ich es noch lieber Okayness. Denn manchmal ist überhaupt keine innere Balance da. Und auch das ist okay. Wir sind achtsam genug, um zu sehen, was schief läuft. Und sind völlig okay damit. Wie es gerade läuft, steht zwar nicht so im Textbuch, aber da ist Präsenz, um Wesen willens zu sagen, so wie es ist, ist es okay. Das ist so ganz anders, als sich zu verurteilen, wenn uns die Reaktivität voll erwischt hat. Das passiert besonders den alten Meditierenden. Schon wieder bin ich reingerasselt. Das dürfte mir nicht mehr passieren. Ich meditiere schon seit 27 Jahren und reagiere immer noch. Dabei reicht es zu sehen, Reaktion, Ärger, Verlangen, Tumult ist da. Wir machen den Innenraum etwas weiter, finden in ein annehmendes Gewahrsein und bleiben auf der Spur. Natürlich ist es keine Meditation, völlig in Gedanken und Geschichten verloren. Damit wir uns recht verstehen. Aber innerhalb des achtsamen Gewahrseins ist alles okay, auch Unerwünschtes. Manchmal fällt Schnee im August. Ehrlich. Aber auch der schmilzt wieder. Präsent, wach, aufmerksam, ruhend, zulassend, interessiert, ohne irgendetwas zu tun, dafür oder dagegen. Was immer erscheint, verschwindet, ohne dass wir uns verstricken und den auftauchenden Erfahrungen auf den Leim gehen. Wie der Buddha sprach, Begehrenswertes erregt nicht unser Herz, gegen Unerwünschtes fühlt es kein Widerstreben. Manchmal ist es leicht und natürlich, sich in all dem Wandel niederzulassen und im Gewahrsein zu Hause zu sein. Für Augenblicke wird offenbar, dass da gar keine Person ist, die die Erfahrung macht. Im nächsten Moment ist da wieder jemand. Ich. Beides völlig okay. Wer hat hier das Sagen? Hier noch zwei praktische Beispiele, die zeigen, wie wir auf Vedana reagieren. Wir sind sehr präsent beim Verlassen der Halle. Wir haben unsere Schuhe gefunden und schreiten in Richtung Gehmeditation. Ohne es zu merken, denken wir daran, dass es draußen kalt ist und die Gehmeditation etwas langweilig werden könnte. Und schon ist eine unangenehme Gefühlstönung entstanden. Sogleich erhebt sich die Vorstellung von T verbunden mit einer angenehmen Gefühlstönung. Immer noch, ohne es zu merken, sind wir unterwegs zur T-Ecke. Wie sind wir dahin gelangt? Was ging da vor sich? Es ist völlig okay, unterwegs zur T-Ecke zu sein. Aber wir können uns fragen, wer hat hier eigentlich das Sagen? Habe ich bewusst entschieden, dass es meine Meditation unterstützen würde, vorher Tee zu trinken? Oder habe ich einfach auf Vedana angebissen? Wie zwanghaft wir auf Vedana fixiert sein können, kann man auch bei kleinen Bewegungen beobachten. Achtet mal bei der Gehmeditation darauf. Mittlerweile wissen wir in etwa, was für Menschen hier im Retreat sind und welche für uns interessant sein könnten. Wir gehen auf und ab und sind eigentlich ganz gesammelt, bis jemand in unser Blickfeld kommt. Schon schauen wir hin. Versucht einmal, nicht hinzuschauen. Falls ihr es doch tut, achtet darauf, warum da so ein starker Zwang aufkommt. Vielleicht, weil es jemand Interessantes ist, der Angenehmes verspricht. Oder es könnte unangenehm werden, weil jemand womöglich meinen Gehmeditationspfad nicht respektiert. Steuern uns vielleicht einfach die verschiedenen Vedanas? Alles völlig okay. Es ist kein Problem, solange Gewahrsein da ist. Aber die Frage bleibt, was steuert uns in solchen Fällen? Oder vielleicht sogar meistens? Da gibt es viel zu lernen. Ich lade euch ein, in der Gehmeditation und in den nächsten Sitzungen immer wieder einen Blick auf die Gefühlstönung der momentanen Erfahrung zu werfen. Ist diese Körperempfindung angenehm? Ist dieser Lärm unangenehm oder neutral? Ist das Gefühl von Ungeduld angenehm oder unangenehm? Wie reagiere ich? Will ich dieser Reaktion nachgeben? Oder kann ich eine geschicktere wählen? Muss ich reaktiv den Gewohnheiten folgen? Oder kann ich frei wählen? Wo liegt die innere Freiheit? Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.